Der Einzige der Ermittler- und Vertrauensstationen ist der Punkt eines gemeinsamen, man hat sich wieder weiteres ehemalig vorbereitet, um ihre Weihnachts- und Tiernacht in der Doppelfunktion für beide bereitet, bundesweit als erste Maßnahme trotten worden, um ihre Verfassung zu bringen. Die Anwendung geht schon mit dem Rahmen der Gefahrenheit, wer ist mit dem Brauchstil, der hat zu viel möglich. Der Folio war auch nur zur Strafverfolgung, ist nach den Vorschriften der Strafprozessordnung § 100a und § 100b vorgesehen und gab, wie Sie wissen, auch angewandt und wird ja regelmäßig unter Richtung der Kontroll- und der Einstellung auf den Kontrollinstrumenten des Landtags kontrolliert. Die Rasterfassung ist möglich und schließlich sind als organisatorische Maßnahme, meine Damen und Herren, wir sind auch wirklich niemand überhört bei der Bekämpfung der organisierten Demokratie. Beim Mann ist im Nahrland eine Fachabteilung, Herr Zirko, beim Volkzeiter, wenn der Frau vor der Meistung ist, dann kommt der Jahrzeichen weggekommen. Meine Damen und Herren, ich denke, dass dieser Beispiel zeigt, dass nicht der Gesetzgeber sich hier enthandeln muss, sondern dass wir umsetzen müssen, was der Gesetzgeber uns ermöglicht kann. Und dass wir den Eindruck vermeiden würden, dass durch eine Gesetzgeber und die andere tauschen nach dem Grundsatz der Bürger sich dann tun, geschwärts von gestern. Das kann doch keine Überzeugung bringen bei den Bürgerinnen und Bürger, dass wir die richtige Politiker werden. Wir alle, die Sie hier sind, wir alle mit einbezogen. Das muss doch einfach dazu führen, dass man sich von uns abwendet und deshalb hier in dieser Stelle auch gleich noch einmal sagen. Meine Sorge geht dahin, dass wir mit dieser Hektik und die täglich neuen Erklärung, was alles geändert werden müsste, am Schluss darstehen, dass die politische Verantwortung im Bund und Ländern gründlich verändert werden durch Parteien, die mit eins und schwinglichen politischen Formen die Menschen ansprechen und dann nach dem Grundsatz, sie sollten sonst noch einmal probieren an die Regierung. Auch das sollten wir, denke ich, gemeinsam behüten. Und Herr Hahn, ich bedanke mich für Ihren Hinweis auf die Tatsache, dass der Sicherheitsbereich den Abwege der Schwerpunkte der Landespolitik nicht zu kurz kommt wird. Richtig. Wir beweihräuchern uns nicht und wir stellen einige Tatsache auch nicht aus Freude sind, die Sie auch nicht besprechen, nämlich dass wir jetzt wieder ausgenommen werden. Und auch, es ist darauf dringend, dass die Bürgerinnen und Bürger motiviert werden, uns zu unterstützen. Die Sicherheitsobjekt, vielen Dank, Herr Beisheiler Fischer, die Sicherheitsobjekt 92 hat uns wirklich sehr erkennbar, ganz klar erkennbar, wenn das Ziel, zu sagen, nicht wegsehen, sondern aufpassen. Das heißt also, uns unterstützen, dort und die schwingliche Zeit, auch in der Nun ja wieder zu önspielen. Aber wir sind und viele Tage, eben. Mit ist das denn? Mit ist das denn? Mit ist das denn? Mit ist das denn? Eine Nicht-Antriebe? Ja, ich habe mich für den Schleswig-Hör. Warton wir dann? Boge machen und den открыв. Ich bin ein sehr, 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 sehr. Das ist mir auch ein Verordnungssystem. Hätten Sie seit Jahren dafür sorgen können, dass gerade im Bereich der hohen Kriminalität, insbesondere der außergewöhnlichen Milliarden-Kriminalität, das stärkere Instrument aus dem System von mir. Meine Damen und Herren, der Gesamtgrundsatz im Bereich der Betäubungspflicht, sagen wir auch, hohen Kriminalität, ist weltweit höher als der Gesamtgrundsatz der Erdwünsche. Etwa 800 Milliarden Dollar für Drogen, dann müssen wir noch langsam zu sagen, dass wir hier ein Instrument, wir haben die Gesellschaft bisher nicht gewöhnt. Und wir haben hier diese Betäubungspflicht, die ganz unterstützt mit dem Prozess der Rettbekämpfung, der Bekämpfung von Drogen, nicht durch neue Kriminalizierung, sondern durch Lockerungen, die daran führt, dass wir diesen Markt, den Drogenmarkt, den Illegalen, heute gegen uns hier mit Millionen und Milliarden Gewinnung vor Hälften. Das heißt, das ist eine Betäubungspflicht und 509. Die paar Wahlen müssen sie zu beweisen, dass wir uns hier unter dem Kوم, dass es nicht der Fall ist und das der Wunsch zu bekommen. Die Vereinbarungsrechte ist komplett im Krieg aufgebaut, auch vom Quartes 12. in der Tagesordnung. Antrag der Tradition der CDU betreffend, Abgaspreis-Auto, Drucksache 23, 24, 61, an der Weltzeitung als 10 Minuten zu verheimnis, Vielen Dank. 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 ... 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 ...... ...... ... 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 Ich begrüße sehr herzlich Herrn Botschaftsrat Horvat als Vertreter der ungarischen Botschaft in Bonn und ich begrüße von der deutschen Seite passt das vollzählige Kabinett mit Herrn Ministerpräsidenten Eichel an der Spitze, dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Joschka Fischer, ich begrüße die Damen und Herren Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten des Hessischen Landtages, und zahlreiche Kollegen und die heute Abend mit uns diese Ausstellung eröffnen wollen. Ganz besonders herzlich begrüße ich die anwesenden Künstlerinnen und Künstler der hier ausgestellten Werke und den Kunsthistoriker Herrn Riedeck, der sachverständlich Auskunft zu den einzelnen Exponaten geben kann und beraten. Ein besonderer Dank gilt den beiden Initiaturinnen dieser Ausstellung, die uns diesen Einblick in die zeitgenössische Kunst Ungarns ermöglicht haben, nämlich Frau Irene Veronika Kahl, vom Institut für Kunst und Kultur Isolda International, sowie unserer Kollegin Veronika Winterstein, die diese Anregung aufgegriffen und zur Umsetzung gebracht hat. Herzlich willkommen und vielen Dank. Meine Damen und Herren, die politischen Umwälzungen in den osteuropäischen Ländern seit 1989 mit den in Gang gesetzten Demokratisierungsprozessen und der Öffnung der Grenzen zwischen Ost und West haben zu weitreichenden Veränderungen in Europa geführt. Meist stehen dabei die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Vordergrund. Es gilt, eine von staatlicher Reglementierung freierer Wirtschaft und eine demokratische Gesellschaft aufzubauen. Um diese Aufgabe zu bewältigen, bedarf es großer Anstrengungen und es wird sicher eine gewisse Zeit dauern, bis deren Erfolge sichtbar werden. Der gesellschaftliche Wandel vollzieht sich aber auch und gerade auf dem Gebiet der Kunst und der Kultur. In Ungarn, das auch schon vor dem Scheitern des Kommunismus in Osteuropa eine Vorreiterrolle gespielt hat, konnte sich früher, als etwa in der Tschechoslowakei oder in Polen, eine eigenständige Kunst entwickeln, die heute vor allem durch ihre Vielfalt gekennzeichnet ist. Und ein Teil dieses breiten Spektrums der ungarischen bildenden Kunst ist hier mit Exponaten vertreten, wir können dies ansehen. Die Ausstellung über zeitgenössische Kunst in Ungarn bildet daher zu Recht, wie ich finde, den Auftakt einer geplanten Reihe von Veranstaltungen hier im Umgang des Plenarsaals, die der Ausstellung von Werken moderner Künstlerinnen und Künstler aus osteuropäischen Nachbarstaaten gewidmet sein sollen. Wir möchten auf diese Weise dazu beitragen, nach der Überwindung der politischen Grenzen die verschiedenen ost- und westeuropäischen Kulturen miteinander in Kontakt zu bringen und die gegenseitige Verständigung zu fördern. Es geht darum, sowohl die Individualität des künstlerischen Wirkens in den jeweiligen osteuropäischen Staaten als auch deren Einbettungen in die gesamteuropäische Kultur aufzuzeigen. Die heutige Ausstellung gibt einen eindrucksvollen Einblick in die Gegenwartskunst Ungarns. Die Bedingungen für die Künstler haben sich, was die Freiheit der Gestaltung betrifft, erheblich verbessert. Sie sind aber in finanzieller Hinsicht aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Situation, wie wir wissen, ungleich schwieriger geworden. Ein Markt für die hergestellten Werke muss sich erst noch herausbilden. Und für das weitere Wirken der ausstellenden Künstlerinnen und Künstler ist es deshalb von großer Bedeutung, ihre Werke einem breiteren Publikum bekannt zu machen. Ich möchte darauf hinweisen, dass etwa eine halbe Stunde, nachdem sich an dieser Eröffnung anschließenden Empfang, für diejenigen unter denen, die Näheres über die gezeigten Exponate und die einzelnen Künstlerinnen und Künstler erfahren möchten, eine Führung unter fachkundiger Leitung von Herrn Riedeck und Frau Kahl angeboten wird. Und ich möchte darauf hinweisen, weil Frau Kahl mich darauf hingewiesen hat, dass einige Gäste der Einladung vielleicht gefolgt sind, um auf diese Weise einmal das Stadtschloss von Wiesbaden von innen sehen und erleben zu können, dass wir, wenn Sie genug von der ungarischen Kunst gesehen haben, Ihnen gern auch noch im Rahmen einer Führung das Stadtschloss der Herzöge von Nassau, den Sitz des Hessischen Landtages, zeigen werden. Meine Damen und Herren, ich hoffe, dass diese Ausstellung Ihr aufmerksames Interesse findet und freue mich, dass jetzt der Vizepräsident der ungarischen Nationalversammlung, Herr Dr. Syrisch, zu uns sprechen wird. Herzlichen Dank. Sehr geehrter Herr Präsident, Herr Ministerpräsident, meine Damen und Herren, die Ausstellung, die wir heute eröffnen und die Ungarn in der zeitgenössischen europäischen Kunst repräsentieren soll, dient in mehrfacher Hinsicht zu unserer Zufriedenheit. Die Veranstaltung fügt sich organisch in den Prozess der auf eine lange historische Vergangenheit zurückblickenden ungarisch-deutschen kulturellen Zusammenarbeit über die Wahrung der Kontinuität hinaus, lässt sich aber auch für die Entstehung neuer Traditionen breiten. Der Umstand, dass diese Präsentation hier im Land Hessen in Wiesbaden stattfindet, bedeutet eine neue Dimension im vielfältigen kulturellen Umgang zwischen unseren Ländern. Es erfüllt uns mit Freude, dass Deutschland für Kulturwerte unseres Landes ernsthaftes Interesse zeigt und wir sind zuversichtlich, dass die Erfahrungen dieser Aufstellung unsere Zusammenarbeit in diesem Bereich weiter stärken werden. Für uns, Ungarn, ist es wichtig, immer wieder beweisen zu können, die Existenz als kleines Land ist kein Hindernis für die geistige Wertschöpfung. Die relative Rückständigkeit in wirtschaftlicher Hinsicht bedeutet keineswegs kulturelle Raumständigkeit. Die wichtigste Garantie liefen uns dafür, der vielseitige kulturelle Umgang und die kulturellen und wissenschaftlichen Kontakte zu den Ländern Europas, die sich heute immer mehr institutalni zu zählen. Für die kulturelle und geistige Orientierung war in Ungarn, Westeuropa und insbesondere Deutschland schon immer von bestimmender Bedeutung. Die Erkenntnis und die Aufnahme der europäischen Werte wirkte sich auf die Entwicklung unserer nationalen Kultur immer vertuschtend aus. Aus der fernen und nahen historischen Vergangenheit des Landes lassen sich zahlreiche Beispiele anführen, wie erfrischend die neuen europäischen Ideen auf unsere Rebunterstrebungen ernten, deren Ziel es war, die Rückstände in der Modernisierung abzubauen und die Aufholung des Landes voranzubringen. Dass dieser Prozess nicht nur in die eine Richtung geht, dafür wünscht diese jetzige Ausstellung einen Beweis zu liefern. Mit den ausgestellten Kunstwerken soll gezeigt werden, dass die ungarische zeitgenössische bildende Kunst über ihre eigenartige ungarische Prägung hinaus zweifers ohne auch einen europäischen Horizont hat. Meine Damen und Herren, in den vergangenen Jahrzehnten war unser Kontinent nicht nur durch die Identitätssuche der einzelnen Länder gekennzeichnet, sondern auch dadurch, dass der Wunsch der europäischen Idee nach dem Finden der europäischen Einheit immer markanter artikuliert wurde. Trotz der Hürden der mehrfachen Spaltung begannen sich für die neunziger Jahre immer mehr die Konturen des zusammenwachsenden Europas abzuzeichnen. Dass gemeinsame Werte und eine eigenartige Identität verkörpert und gleichzeitig auch wie sich von einer der unterscheidenden, selbstständigen Parkpläcke darstellenden nationalen Entitäten in sich schließt. Die hier zur Schau gestellten Kunstwerke werden hoffentlich die individuelle Farbe und Form deutlich machen, mit der wir Ungarn zum zusammenwachsenden Europa beitragen können. Es ist nicht meine Aufgabe natürlich, diese Ausstellung aus fachlicher Sicht zu bewerten. Sie werden kundige Experten tun und es werden auch diejenigen eine Meinung darüber formulieren, die sich zum Besuch der Ausstellung entschließen. Ich bin zuversichtlich, dass die Aufgeschlossenheit für die Werke, das Verständnis der Eigenarten der österreichischen Lösungen sowie der empathische Anspruch auf die Aussage hinter der wirklichen Ausdrucksweise allen Besuchern ein intellektuelles Erlebnis ermöglichen und ihnen die Welt näher bringen werden, die sich selbst noch in der jüngsten Vergangenheit nur in einer eigenartigen politischen Refraktion den Einfluss einer Großmacht ausgeliefert zeigen konnte. Zum Glück hat sich die Welt zum Besseren verändert. Im Ergebnis der politischen Erdrutsche der letzten zwei, drei Jahre konnten sich die Staaten der mittel- und osteuropischen Region vom imperialen Druck befreien. Die aufgestellte ethnische Renaissance ist nach der Erlangung der Souveränität, die sich hier und da in nationalistische Willkür übergeschlagen, die bereits die demokratische Umgestaltung gefährdet. Die Ideen der sich vereinigenden Europas und die gesamteuropäische Integration werden sich erst dann voll entfalten können, wenn im Interesse der Europäisierung die nationale Souveränität auf sinnvolle Weise eingeschränkt werden kann. Bis zu dieser Erkenntnis konnten sich bislang von den Ländern Mittel- und Osteuropas nur wenige durchspringen. Gegenwärtig geht Ungarn einen schweren historischen Weg. Parallel zur Schöpfung des institutionellen Garantien der parlamentarischen Demokratie werden die Bedingungen der sozialen Marktwirtschaft ausgestaltet. Mit wohltuendem Gefühl nehmen wir zur Kenntnis, dass wir dabei wie auch bislang auch die Unterstützung Deutschlands berechnen und es als Zusammenarbeitspartner bei der Aufholung und bei der Beantwortung der Modernisierungsherausforderungen betrachten können. Diese jetzige Kunstausstellung fassen wir als Sympathie, als moralische und politische Unterstützung die demokratischen Kraftanstrengungen der Ungarischen Republik auf. Wir meinen, es ist ein inniger Ausdruck der immer vielfältiger und enger werdenden Zusammenarbeit zwischen unseren Parlamenten. Mit besonders wohltuendem Gefühl erfüllt uns die Gäste, dass sie diese Ausstellung im Gebäude ihres Landtages aufgenommen und sie, Herr Präsident, die Schirmherrschaft darüber übernommen haben. Neben den großzügigen Sponsoren gebühren auch dem Isola Internationalen Institut für Kunst und Kultur, in dessen Organisation sich immer mehr Künstler aus Ungarn in Deutschland vorstellen können, größter Dank und Anerkennung. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich möchte Sie versichern, dass sich die politischen Kräfte in Ungarn in der Frage der Entwicklung der ungarisch-deutschen Beziehungen im politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Bereich gleicherweise wahrgehend eilig sind. Wir meinen, die Vertiefung der Zusammenarbeit bietet auch mit den Ländern viele Möglichkeiten. Hierfür steht als hervorragendes Beispiel die Organisation dieser wiesbadener Ausstellung ungarischer Künstler, mit der der Hessische Landtag, das ungarische Parlament, sowie die zuständigen Kursministerien eine wichtige Mission erführten und hoffentlich dazu beitragen konnten, dass die gegenseitige Vorstellung im Land des Anderen auch im Gebiet der sich Geschmacks- und Gefühlswert der Menschen in so großem Maße bestimmenden bildenden Kunst zur Tradition wird. Meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident, es ist eine große Ehre für mich, dass ich im Namen der Nationalversammlung der ungarischen Republik an der Eröffnung dieser Ausstellung darlegen kann. Auf diese Weise möchte ich wie der Volk unseren Dank und unsere Wertschätzung all denen übermitteln, die sich deutscher und ungarischer Zeit der Vorbereitung der Ausstellung angenommen haben. Und besondere Anerkennung gehört Ihnen, meine Damen und Herren, wie Sie mit Ihrer Anwesenheit die Feierlichkeit dieses Ereignisses der Vorstellung der ungarischen Künstler im Land Hessen, in der Bundesrepublik Deutschland, in der Deutschen Eröffnung haben. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. 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 Meine Damen und Herren. Es ist eine große Ehre für mich als Ungarn im Hessischen Landtag zu Ihnen sprechen zu können und ich möchte mich dafür herzlich bedanken. Ich möchte Ihnen anlässlich dieser Werbenslage kurz etwas über die gegenwärtige ungarische Kunst Ihr Umfeld und Ihre Künstler in Ungarn vermitteln. In unserem Land ist es eine Berufung, Ungarn zu sein, heute noch stärker als je zuvor. Vor allem für die Künstler ist eine besondere Aufgabe, diese Berufung durch ihr künstlerisches Schaffen gerecht zu werden. Diese spezielle Forderung bedarf einer großen moralischen Verpflichtung und Ehrlichkeit, die die Grundlage für das Leben auch in den vergangenen 50 Jahren sowie den Neubeginn darstellten und die Kontinuität der ungarischen Kunst sicherten. In den vergangenen Jahren fand in Ungarn eine gesellschaftliche Umwärtsung statt. Diese veränderte Situation kann am besten mit dem der kunstentliegenen Ort katastisch verschieben werden. Jeder Umbruch, auch derjenige in Ungarn, bringt schmerzliche Momente und massive wirtschaftliche Veränderungen mit sich. Der Staat kann in dieser veränderten Situation die Kulturförderung nicht wie zuvor aufrecht erhalten, was die bisher relativ gesicherte und geregelte Existenz der Künstler in Frage stellt. Private Aktivitäten können die Förderung der Kunst noch nicht vollständig abdecken. Die historischen Umwandlungen Ungarns haben einerseits die totale künstlerische Schaffende Freiheit mit sich gebracht, andererseits die wirtschaftliche Lage der Künstler erschwert. Diese Zwiespalt prägt die heutige ungarische Kunst und Kultur. Die Künstler haben mit der Freiheit die Möglichkeiten erhalten, sich nun über geistige und geografische Grenzen hinwegzusetzen, wieder sie selbst zu sein und sich mit vollem Bewusstsein in die europäische Kunst einbringen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ihre Achtung und Ihr Interesse an der ungarischen Kunst sind für die Ausstellung der Künstler von großer Bedeutung, auch für die Fortführung Ihres Schaffens. Ich hoffe, dass diese Ausstellung bei Ihnen bleibende Eindrücke hinterlassen wird. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus Applaus